Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um das Wagner Mikrokeramik-Additiv und in Verbindung damit um den Spritverbrauch. Und zwar, wie ihr wisst, sind ich ja die 700 Kilometer zu Wagner hingefahren und ich habe mich da bemüht bzw. ich habe mir eine Bedingung gestellt, dass ich da hinfahre, nur mit Tempomat und zwar mit 130 bis 140 kmh. Auf dem Rückweg habe ich das Ganze gemacht, aber wir haben ja, als wir bei Wagner waren, einmal den Motorcleaner benutzt, das Motoröl ausgetauscht und dann das Wagner Mikrokeramik hinzugefügt. Und jetzt in dem Video geht es einfach um die Änderungen des Spritverbrauchs oder ob es eine Änderung gegeben hat, werde ich hier in diesem Video euch erklären. Die ganze Fahrt hin und rückweg komplett habe ich mit der App Dashkommando aufgezeichnet und dazu noch in Ergänzung das Ganze noch verifiziert, sage ich mal, in dem Sinne, indem ich die ganzen Spritdaten eingegeben habe in meine Spritmonitor-App. Und wir gehen gleich an den Laptop und dann zeige ich euch ein bisschen was dazu. Es gibt ein paar Screenshots, es gibt ein bisschen was am Laptop euch zu zeigen und ja, da hoffe ich, dass ihr soweit auch gespannt seid über den eventuellen, ja, würde ich sagen, über die Sprit-Esparnis, die das Wagner Mikrokeramik mit sich bringt oder auch nicht. Das war es soweit von meiner Seite. Ich glaube, wir sehen uns gleich nochmal hier wieder, aber jetzt gehen wir ab zum Laptop. Also an den Bildschirmen. Bis gleich. Ciao, ciao. So, hier sehen wir die beiden Screenshots von Dashkommando, die auf der linken Seite einmal die Hinfahrt und auf der rechten Seite die Rückfahrt. Ich habe hier die gesamte Fahrt getrackt und dazu werde ich euch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar auf der rechten Seite haben wir einmal den Hinfahrt. Das sieht man hier, da gibt es noch zu erwähnen, einmal das Öl, was ich drin hatte, war ein Mobil 1 Mobil 40, was übrigens auch das ist, was nach dem Ölwechsel reinkommt. Und das Öl war zu dem Zeitpunkt, als ich losgefahren bin, 13.000 Kilometer alt. Zudem war noch das Liqui Moly Ceratec eingefüllt. Also kein Wagner Mikrokeramik oder so, sondern nur das Liqui Moly Ceratec, was aber schon seit 13.000 Kilometer im Ölkreislauf meines Motors zu dem Zeitpunkt war. Der Unterschied für die Rückfahrt ist, dass ich einen Ölwechsel vorgenommen habe vor Ort. Wir haben den Wagner Motorcleaner benutzt und dazu auch frisches Mobil 1 Mobil 40 New Life eingefüllt und dann in Ergänzung dazu das Wagner Mikrokeramik Additiv. Dann kommen wir mal zu den Werten, die so entstanden sind. Natürlich ist es nicht ganz einfach, die Werte 1 zu 1 zu reproduzieren mit der Hin- und Zurückfahrt. Ich habe mir dabei Mühe gegeben, die Fahrt so gleichmäßig zu gestalten, wie ich es konnte. Was natürlich nicht hundertprozentig möglich ist, aber dennoch denke ich mal auf die 600 Kilometer oder 660 bis 630 Kilometer ein sehr guter Referenzwert sein sollte. Die Daten wurden hier alle aufgenommen, die gehe ich mit euch auch mal gerne durch. Das auf jeden Fall auch sehr interessant ist. Vorweg kann ich sagen, ich hatte auf beiden Fahrten einmal eine Vollgasfahrt. Das sieht man hier. Einmal habe ich komplett durchbeschleunigt hier auf 250. Das habe ich hier auch einmal gemacht. Leider musste ich bei 208 abbremsen, aber das war nur ein kurzweiliger Sprint und sonst bin ich immer ganz stupide, sage ich mal, nach Tempomat gefahren. Ich habe nur mit Tempomat beschleunigt und an Baustellen habe ich immer dann das Tempomat deaktiviert und mich dann ausrollen lassen. Ich habe ja die Zeit relativ entspannt für mich so gesehen genutzt und habe eine relativ entspannte Fahrt draus gemacht. Also ich war jetzt nicht wirklich am Heizen, sondern einfach ganz entspannt zum Ankommen. Da gibt es noch ein paar Sachen zu erzählen und zwar sind die Strecken ungefähr gleich lang. Also hier auf der linken Seite sehen wir 662 Kilometer, auf der rechten Seite sind 630. Das ist für die Vergleichbarkeit relativ schwer, alles auf einen Nenner zu bringen. Aber ich denke mal, man kommt auch immer darauf an, wo die Tanke ist, wo getankt wurde. Aber der Weg von A nach B ist in beide Richtungen eigentlich so gesehen fast der gleiche gewesen. Ich hatte beide Male keinen Stau und keinen Stop and Go und bin so gesehen einfach nur mit dem Tempomat von A nach B gefahren in beide Richtungen. Das sieht man auch ganz gut an der Fahrzeit. Das ist hier die 6 Stunden 48 oder hier 6 Stunden 59. Und die Drive Time sieht man hier auch. Die ist eigentlich identisch. Und so gut es halt auf diese Strecke geht mit dem ganzen Verkehr, den man denn doch hat, man kann den ja auch nicht komplett einschätzen. Zu dem man auch beachten muss, 30 Kilometer mehr gefahren worden sind als auf der Rückfahrt. Dann sehen wir einmal genau, hier ist der Spritverbrauch auf die gesamte Strecke. Das ist auf dem Hinweg ohne mal Wagner Mikrokeramik, sondern mit dem Liqui Moly Ceratec, da habe ich einen Durchschnittsverbrauch von 8,9 Litern. Auf dem Rückweg ist es ein Durchschnittsverbrauch von 8,1 Litern. In einem anderen Video habe ich schon mal einen Vergleichstest gemacht, wie genau die Dash Commando App funktioniert. Und die ist eigentlich ziemlich genau. Man kann aber auch sehen, also das ist jetzt eine Spritersparnis von 0,8 Litern auf die gesamte Strecke. Dann die Fuelkosten, die funktioniert bei der App leider nicht, weil da ist ein anderer Wert für die Galonen hinterlegt. Da ist es jetzt eigentlich in diesem Moment ziemlich egal. Man sieht hier das Datum, wann ich gestartet bin, wann ich hier gestartet bin. Was noch ganz wichtig ist, dann würde ich mal sagen, einmal der durchschnittliche Geschwindigkeit. Und zwar 111 kmh war die Durchschnittsgeschwindigkeit auf dem Hinweg und auf dem Rückweg mit dem Mikrokeramik waren sie 113. Dann, ja, Idle Time, also hier Zeit, wo der Wagen stand. Es verringert natürlich ein bisschen die Durchschnittsgeschwindigkeit. Hier hatte ich nicht so viele Standzeiten. Das sieht man auch hier. Hier 27 Minuten, hier 48 Minuten. Das ist ein bisschen ein kleiner Unterschied. Ich denke aber auf die gesamte Masse von über 600 Kilometern fällt das gar nicht mehr so stark ins Gewicht. Zudem sieht man auch die durchschnittliche Motorgeschwindigkeit. Hier bei 2370 auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt 2484. Und man sieht in beiden Meilen habe ich auch mal den Motor komplett ausgedreht oder mal hier voll die starke Brems oder mal voll die Newtonmeter abgefragt. Woher die 700 Newtonmeter hier kommen, weiß ich nicht. Die hat mein Auto nicht. Aber im Großen und Ganzen habe ich ja einmal hier vorhin gelatscht. Und ich denke so als Vergleichswert ist das ziemlich interessant herauszufinden oder zu sehen, dass man sieht, wie sich die Werte auch zusammensetzen. Dann gibt es hier gleich auf der rechten Seite. Jetzt spüre ich mal ein bisschen nach vorne. Dann kommt gleich ein neues Bild. Mal gucken, wann das kommt. Hier. Das ist auch noch sehr interessant. Und zwar gibt es hier noch eine erweiterte Statistik, in der man sehen kann, wie lange oder wie viel prozentual welcher Gang oder wie viel Strecke in welchen Gang zurückgelegt worden ist. Da gehe ich jetzt nicht so viel drauf ein. Also ganz wenig in neutral. Beziehungsweise hier ist es ein bisschen länger, weil der Wagen anscheinend ein bisschen länger stand, was wir eben auf der ersten Seite gesehen haben. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter. So gut wie gar nicht. Überwiegend ist alles zum sechsten gefahren worden. Die Anzeige hier mit falschem Gang ist jetzt gleich mal so zu vernachlässigen. Und dann geht es weiter. Ich habe dieses ganze Ergebnis ja auch noch dann bei Spritmonitor eingepflegt. Auf jeden Fall die Hin- und die Rückfahrt. Das sehen wir jetzt hier auf der linken Seite. Die Sachen müssten hier eigentlich noch weg. Jetzt sehen wir hier auf der linken Seite meinen Spritmonitor. Und zwar habe ich ganz genau eine Strecke tracken können. Und zwar, ich bin ja ein Stück gefahren, dann habe ich vollgetankt. Und dann bin ich hier nach Hamburg gefahren und dann habe ich wieder vollgetankt. Und das ging auf dem Rückweg war das so, auf dem Hinweg war das so. Ich habe vollgetankt, bin weitergefahren, habe dann wiedergetankt und bin dann weitergefahren bis zum Ziel. Deswegen unterscheiden sich hier die 500 und 400 und 500 Kilometer, beziehungsweise das war alles vor Ort gefahren. Und das ist einmal das, was ich als wirklichen A-B-Streckenvergleich habe und das wieder als A-B-Streckenvergleich zurück. Habe aber trotzdem den Tracker, nachdem ich getankt habe, weiterlaufen lassen, was auch die Standzeiten erklärt, wie man hier sieht, in den jeweiligen Statistiken von Dashcomand. Weil ich habe mein Auto oder beziehungsweise meinen Motor nicht abgestellt, sondern ihn durchgängig bewusst laufen lassen, um einen Referenzwert herzustellen. Auch hier sieht man einen Unterschied. Und zwar sieht man, dass ich auf die 530 Kilometer einen Durchschnittsverbrauch von 9,8 Liter hatte. Und auf dem Rückweg mit dem Mikrokeramik von Wagner einen Durchschnittsverbrauch von 8,4. Das bedeutet, dass ich fast auch hier eine Differenz von 0,8 Litern habe, die ich auch hier habe. Also die Werte sind hier nicht 100% identisch. 8,1, 8,9. 8,1 auf dem Rückweg mit dem Wagner Mikrokeramik. Der ist hier 8,4. Und ohne Mikrokeramik ist es hier knapp 9,2. Und das deckt sich eigentlich auch hiermit, dass der hier ein bisschen höher ist, der Wert. Aber die Differenz zwischen beiden Werten in diesem Fall ist sogar der gleiche. Oder annähernd der gleiche. Und ansonsten nochmal ein sehr interessantes Bild für die meisten 330i-Fahrer. Hier einen Blick auf den Bordcomputer zu werfen. Und zwar eine Reichweite in dem Fahrstil, wie ich ihn gewählt hatte, hatte er direkt nach dem Volltanken. Hier habe ich nämlich gerade vollgetankt. Hatte ich 781 Kilometer Reichweite. Und hier auf der linken Seite sieht man nochmal die gefahrene Strecke, die ich zurückgelegt habe. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, den Verbrauch, den der Bordcomputer auch anzeigt. Die Werte sind natürlich immer ein wenig abweichend von den realen Werten. Hier ist er der tatsächliche Wert, der errechnet ist durch Kilometer und den getankten Sprit, den ich in den Wagen getankt habe. Ja, ich finde das Ganze ist ziemlich interessant und ich denke, jetzt geht es wieder zurück hinter die Kamera. Und ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen und mit den Daten bekommen. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch soweit ganz gut gefallen. Wie wir gesehen haben, hat das Wagner Mikrokeramik in diesem Vergleichstest tatsächlich zu einer Verbrauchsreduzierung von 0,8 Litern geführt. Was ich sehr cool finde, auf jeden Fall, dass es schon auf längeren Strecken ein beachtlicher Wert, der trotzdem noch zu beachtlicher Wert eigentlich noch getoppt ist. Weil das Liqui Moly Ceratec ja auch eine spritsparende Eigenschaft haben soll. Und diese wurde sogar in diesem Fall durch das Wagner Mikrokeramik noch getoppt. Das finde ich ziemlich, ja, es ist ein beachtlicher Wert, denke ich mal. Aber interessant wäre natürlich jetzt ein Wert, das Ganze nochmal zu machen, einfach nur frisches Motoröl und frisches Motoröl mit dem Mikrokeramik im Vergleich, also mit dem Wagner Mikrokeramik im Vergleich zu setzen, ohne jetzt den Schritt mit dem Ceratec zu haben. Aber ich denke, dass eine Steigerung trotz des Ceratecs, was vorher drin war, noch zu erzeugen, schon eine beachtliche Leistung von dem Produkt, was Wagner am Angebot hat, ist. Oder hat, hat, weiß ich nicht, was man da jetzt sagt. Wenn dich das Ganze soweit interessiert hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Channel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe Wagner persönlich ja auch kennengelernt und ihn auch besucht, deswegen habe ich ja auch diese ganze Tour gemacht. Und er hat uns und meiner Community, besonders dieser Community, die ich ein bisschen habe, hat er uns einen 10% Coupon mit an die Hand gegeben, bzw. einen Gutscheincode. Bei der kriegt ihr bei eurer ersten Bestellung 10% auf euren Einkauf, um den Einstieg in seine Wagner-Welt, vielleicht, wenn das überzeugend war für euch oder ihr Interesse gewonnen habt, einfach ein leichterer Einstieg und ein kleines Goodie mit an die Hand zu geben. Der Gutscheincode lautet, hier unten blende ich den mal ein, Markmonet C10, alles in Großbuchstaben und den könnt ihr eingeben in seinem Online-Shop, der nennt sich www.oldiöl.de. Und ansonsten empfehle ich euch noch dringend die Videos, die ich hier gleich in der Abspannreihe mache. Falls ihr es noch nicht kennen solltet, wäre das nochmal ein Anhaltspunkt, das euch anzuschauen, um eine bessere Vergleichbarkeit im Gesamten zu bekommen. Genau, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Channel, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, oder am besten teilt das Video. Das war es soweit von meiner Seite, bis bald, gute Fahrt und bis denn. Ciao, peace. Achso, habe ich ganz vergessen. Und auf jeden Fall, lasst gerne eure Erfahrungen da oder kommentiert und schreibt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit irgendwelchen Produkten. Ich bin immer sehr interessiert an dem, was ihr noch so macht. Also haut rein, Jungs. Ciao. Ich bin immer sehr interessiert.